Es war eine der ganz großen Erfolgsgeschichten der deutschen Modebranche. Gary Weber wurde in den 70er Jahren im ostwestfälischen Halle gegründet. Ab Mitte der 90er Jahre hob die Marke dann zu einem regelrechten Höhenflug ab. Der Firmenmitgründer und Namensgeber Gerhard Weber galt viele Jahre als König der DOB. Doch nach einer offenbar zu hastigen Expansion schlitterte das Unternehmen in die Krise. Jetzt, nach zwei harten Insolvenzen und herben Umsatzeinbrüchen, wollen die neuen Geschäftsführer Dirk Reichert und Arndt Buchert das Ruder herumreißen. Meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch hat sich intensiv mit Gary Weber beschäftigt, hat mit vielen Modehändlern gesprochen und natürlich auch mit Reichert und Buchert. Im TV-Podcast will ich Sie fragen, mit welchen Mitteln die beiden Chefs den einstigen Branchenstar aus der Krise führen wollen. Mein Name ist Jörg Nowicki. Sarah, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Danke. Hallo Jörg. Du warst ja tatsächlich vor kurzem erst in Halle-Westfalen und hast dort das neue Gary Weber Management kennengelernt. Wie war denn das so vor Ort? Erstmal muss man sagen, dass sich optisch schon bevor wir überhaupt in das Gebäude reingingen, viel verändert hat. Es ist alles nicht mehr so groß wie vorher. Ja, das hat natürlich seine Gründe, auf die wir gleich noch kommen. Es gibt viele Mieter mittlerweile in dem einstigen Headquarter in Halle-Westfalen. Da ist ein medizinisches Versorgungszentrum drin, PTM Solar und ganz viele andere Firmen. Man musste also erstmal ums Gebäude herumlaufen, um überhaupt den Eingang zu finden. Das hat natürlich schon einen anderen Eindruck hinterlassen. Ich war zum letzten Mal auch, muss man sagen, vor fünf Jahren dort. Da war Johannes Edling noch CEO, als die zum ersten Mal in die Insolvenz in Eigenverwaltung ging. Und das war damals alles noch ganz anders, noch viel größer. Also da, wo früher nur Gary Weber war, ist heute Gary Weber einer unter ganz vielen und sogar eher kleiner. Richtig. Die haben schon, ich glaube, rund ein Viertel des Gebäudes noch angemietet. Die anderen sind eher kleiner, aber sie teilen sich jetzt das Gebäude, das ja auch mittlerweile verkauft wurde, was gar nicht mehr zum Konzern gehört, mit anderen Mietern, genau. Du hast gesagt, vor fünf Jahren warst du zum letzten Mal dort. Das war ja dann genau die Zeit eigentlich, als der Umsatz von Gary Weber so stark eingebrochen war und der Konzern zum ersten Mal in die Insolvenz schlitterte, oder? Richtig. Eingebrochen war er schon vorher, das muss man sagen. Aber 2019, Anfang 2000 meldete damals unter CEO Johannes Edling die Gary Weber Gruppe zum ersten Mal Insolvenz in Eigenverwaltung an. Es ging schon nach dem stärksten Geschäftsjahr der Geschichte, das war 2014, 15, die haben ein gebrochenes Geschäftsjahr nach unten. Damals 920 Millionen Umsatz, das war der Peak. Die nahmen also wirklich scharf Kurs auf die Umsatzmilliarde, die sie nie ganz geschafft haben. Und danach ging es dann aber mit dem operativen Gewinn bergab. Es standen irgendwann Verluste zu Buche, sodass dann 2019 die Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet werden musste. Warum? Wenn man zurückblickt, überzogene Flächenexpansion natürlich das Stichwort, das den meisten sofort einfällt. Die haben im Retail sehr, sehr stark expandiert. Sie klagten auch über ineffiziente Prozesse, hatten zum Teil ein ruinöses Konditionenmodell im Wholesale eingeführt. Man kritisierte die Markenführung stark. Also man kann sagen, 2014, 15 war der Peak und gleichzeitig auch der Wendepunkt des, wie du ja eben gesagt hast, einst so starken und erfolgreichen Unternehmens. Dann ging es also zunächst mal noch irgendwie ein bisschen weiter, aber dann kam ja letztes Jahr dann eigentlich auch sofort die zweite Insolvenz. Was ist da genau passiert? Ja, nach dem herben Umsatzeinbruch 2019, 70 Prozent ging es damals mit dem Umsatz nach unten. Es herrscht dann ein großes Finanzierungsproblem, kam dann, wie du richtig sagst, letztes Jahr für die Gary Weber Retail GmbH, die zweite Insolvenz in Eigenverwaltung, während die Gary Weber International AG, also der Überbau, in das sogenannte Starook-Verfahren ging. Also die Finanzen sanierte, unabhängig von dem operativen Geschäft. Da ist viel passiert, wieder. Wieder Stellenstreichungen, 350 waren es letztes Jahr, 2019 zum Vergleich, eben auch schon 450 Arbeitsplätze, die wegfielen. Mittlerweile gibt es in Deutschland nur noch 36 Filialen, 122 wurden geschlossen. Das ist natürlich immens. Und wenn man mal guckt, zum Geschäftsjahresende 2017 waren es inklusive Concessions, diese Zahl konnte ich finden, 545 Filialen in Deutschland. Das ist natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell, das Gary Weber mittlerweile hat, auf viel kleinerem Niveau. Dann kam der Rückzug von der Börse. Gary Weber ging ja in der erfolgreichen Zeit auch an die Börse. Man hatte es aber auch nach der ersten Insolvenz, als die Finanzinvestoren Robus Capital, Whitebox und JP Morgan bei Gary Weber einstiegen und das Unternehmen quasi retteten, weil es um die Refinanzierung bankte. Man hat es aber trotzdem nicht geschafft, neue Investoren zu finden, die das Unternehmen kaufen und nach vorne bringen. Mittlerweile steht ein Unternehmen namens GWI, eine Holding in Luxemburg, hinter Gary Weber und hinter diesem Unternehmen nach wie vor Robus, Whitebox und JP Morgan. Das heißt, die Eigentümer sind jetzt erst mal gleich geblieben. Okay, interessant. Also die alten Eigentümer sind die neuen Eigentümer oder die neuen sind die alten Eigentümer. Haben die durch die Insolvenz ihren eigenen Schaden minimiert, kann man das so sagen? Du sprichst einen sensiblen Punkt an, der natürlich auch immer in Gesprächen, im Handel wieder auftaucht. Die Eigentümer haben natürlich die Strategie von Ex-CEO Angelika Schindler-Obenhaus, die bis zum Herbst 2023 das Unternehmen führte, unterstützt. Sie hatte ein moderneres Produkt gemacht, stark auf Verjüngung gesetzt und den Fokus natürlich auch auf den eigenen Retail gelegt, das muss man sagen. Dann stand 2022 wieder ein Verlust zu Buche. Klar, es gab die Corona-Pandemie, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das alles sind sicherlich externe Faktoren, für die das Unternehmen nichts kann. Aber andere im Vergleich standen natürlich trotz dieser externen Faktoren besser da. 2022 wurde dann ein kleines Plus geschafft an Ergebnis und 2023 stand wieder ein Verlust zu Buche. Ja, die Investoren haben versucht natürlich, das Unternehmen zu verkaufen, beziehungsweise der Ex-Finanzchef hat das versucht, Florian Frank. War auf vielen Roadshows, wie er berichtet hatte, seinerzeit, als er noch im Unternehmen war. Aber es war natürlich ein schwieriges Unterfangen. Und diese Investoren, diese sogenannten Distressed-Investoren, die steigen natürlich in Unternehmen ein. Bei denen die Finanzierung oft schon notleidend ist. Und wenn die einsteigen, wie damals, als sie Gerry aus der ersten Insolvenz herauskauften, dann ist es meistens schon schlecht gestellt um ein Unternehmen. Sie haben natürlich auch einen ganz anderen Fokus als Inhaber geführte Unternehmen. Und Gerry ist das eben nicht mehr. Und jetzt setzen sie also auf eine neue Strategie, die Investoren. Du hast ja die neuen Geschäftsführer, Dirk Reichert und Arne Buchert vor Ort getroffen, hast du ja eben schon berichtet. Was machen die denn nun anders und woher kommen die eigentlich? Dirk Reichert kam schon letztes Jahr ins Unternehmen, als auch Angelika Schindler-Obenhaus noch da war. Er war lange CEO von Laurel und kennt daher auch Robus gut, die wiederum an Laurel beteiligt gewesen waren. Er ist Sanierer und jetzt bei Gerry Weber für die Organisation, aber auch für das Produkt und den Nachhaltigkeitsbereich zuständig. Arne Buchert war sehr lange bei Gerry Weber, bis 2016. Also auch noch in der Zeit, als der mittlerweile verstorbene Gerhard Weber und Unternehmensgründer im Unternehmen war. Damals war er zuletzt Produktvorstand und ist jetzt für Marketing und Vertrieb zuständig. Saniert, so kann man sagen, ist Gerry jetzt erstmal. Natürlich auch durch die heftigen Einsparungen während der Insolvenz in Eigenverwaltung der Retail GmbH und durch das Starbook-Verfahren. Die Kosten wurden quasi auf ein Minimum gedrückt. Man hat auch etwas investiert zum Beispiel oder investieren müssen, zum Beispiel in ein neues ERP-System. Und jetzt wird seit ein paar Tagen die neue Kollektion vorgestellt, seit 15. Juli. Aber du hast ja auch gefragt, Jörg, das habe ich noch gar nicht beantwortet, was die beiden jetzt anders machen. Ich finde, es fällt schon auf, dass einige wichtige, ehemalige, langjährige Gerry-Weber-Mitarbeitende zurückkommen. Also neben Arndt Buchert, der natürlich lange im Unternehmen war, ist das zum Beispiel die neue Design-Chefin Frauke Stein, die damals auch schon lange mit Buchert zusammengearbeitet hat. Die beiden kennen sich also gut. Und Frauke Stein macht sicherlich ein ganz anderes Produkt, als das zum Beispiel Brigitte Danielmeier gemacht hatte, die als Design-Chefin unter Angelika Schindler-Obenhaus kam. Das ist, glaube ich, nicht zu leugnen. Das Produkt, wir haben es schon gesehen im Showroom bei Gerry Weber, ist viel kommerzieller geworden. Klassische auch. Weniger modern, würde ich sagen. Die beiden Geschäftsführer setzen wieder auf alte Renner. Die Bluse, Strick, Shirt, das soll gefördert werden. Mehr Drucke auch. Also zum Teil zumindest wird die Kollektion auch wieder lauter. Das ist uns so auf den ersten Blick auf jeden Fall aufgefallen. Interessant, total interessant. Wie ist das? Du hast ja auch mit Händlern gesprochen. Jetzt hast du gesagt, seit Mitte Juli läuft die Vorstellung der Kollektion. Hast du da schon ein erstes Feedback einholen können oder wie sieht das aus? Also die Händler und Händlerinnen, mit denen wir gesprochen haben, die haben die Kollektion noch nicht gesehen. Denn die Order-Runde startete erst jetzt am 15. Juli. Wir haben vorher gesprochen. Alle sind aber sehr gespannt. So viel kann man sagen. Und in den Gesprächen hat man gemerkt, natürlich, dass auch viele hadern. Sollen sie Gary behalten oder nicht? Und natürlich ist auch der eine oder andere dabei, der zum Beispiel als Franchiser sein House of Gary Weber aufgibt und Gary Weber dann in die Fläche oder auf eine Fläche ins Haupthaus nimmt. Freilich viel kleiner. Also das sind schon Probleme, denen die neue Geschäftsführung auch gegenübersteht. Weil, wenn man sich die Umsätze im stationären Modeeinzelhandel anguckt, haben die sehr, sehr herb gelitten. Also auch im ersten Halbjahr, da steht vieler Orten ein Minus von 30 Prozent und mehr zu Buche. Angelika Schindler-Obenhaus hat ja auch Neuläden in ihrer Zeit dort eröffnet, den Retail forciert. Jetzt sind die meisten Läden aber zu. Wie geht es da weiter? Genau. Buchhardt und Reichert setzen auf eine ganz andere Strategie, nämlich auf den Wholesale. Klar, mit nur noch 36 Filialen ist das nicht mehr der Kernvertriebskanal. Die sind auch mit der Größe zufrieden. Die seien auch jetzt, das ist natürlich auch leicht nach der erst jüngst erfolgten Restrukturierung, profitabel. Aber Gary, so sieht es aus, will wieder Versorger werden, wo das Unternehmen ja auch historisch herkommt und groß geworden ist. Buchhardt sagt selbst, er reist mit Frauke Stein durch die Republik. Beide wohnen in der Nähe von Heidelberg und würden, wenn sie nach Halle pendeln, stets bei ein, zwei, drei Händlern und Händlerinnen halten. Also sie sprechen mit dem Handel, sie wollen dort vor Ort sein und man hofft natürlich, verlorengegangene Flächen zurückzuerobern. Das klingt so ein bisschen, ja, einerseits back to the roots, andererseits aber auch einem Schritt rückwärts, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber wie empfindest du das oder wie hast du mit den beiden darüber vor Ort diskutiert? Ja, wir haben lange über dieses Thema diskutiert, weil natürlich immer neue oder oft, sage ich mal, neue Manager und Managerinnen sagen, dass sie auf das Produkt setzen wollen, dass sie die Kundin wieder in den Vordergrund rücken wollen. Das möchten ja eigentlich alle, das kann man, glaube ich, so sagen. Sie finden aber, dass das, was bei Gary läuft und was Gary braucht, andere Dinge sind, als es bisher der Fall gewesen ist. Sie haben bei einem Punkt natürlich auch recht, die Kollektionen verkaufen sich gerade nicht. Wir sehen das, wie gerade erwähnt, ja auch in Branchenstatistiken, wenn wir mit Händlern und Händlerinnen sprechen. Viele haben Gary Weber ausgelistet, Flächen verkleinert. Darf ich ganz kurz dazwischen gehen? Gerne. Bekennt sich denn Gary Weber jetzt tatsächlich auch zu seiner alten Kundin? Also zum wahren Alter sozusagen der Kundin? Es ist immer so ein, ja, wie will man das sagen? Da wird ja immer sehr viel darüber diskutiert, ob man tatsächlich diese ältere Kundin auch so gezielt ansprechen soll oder dann doch eher auf Jung tut. Wie ist das jetzt bei Gary? Schwieriges Thema. Wir haben auch lange darüber gesprochen und die beiden möchten sich auf kein Alter festlegen. Das machen ja auch andere Unternehmen nicht, weil sie sagen, es geht hier nicht um eine Zahl, sondern es geht darum, dass in dem Segment Modern Classic Mainstream Gary Weber wieder erfolgreich wird. Deshalb bleibt das tatsächlich noch so ein bisschen im Wagen. Man wird dann sehen, wie die Kollektion wirklich im Handel und dann auch bei der Kundin ankommt. Aber ein alter Nein wurde nicht ausgerufen. Sarah, was glaubst du denn, was den Handel skeptisch macht an dieser Gary-Strategie, an der neuen Gary Weber-Strategie? Das kann man noch nicht so ganz genau sagen, weil die meisten Händler die Kollektion ja gerade erst sehen nach und nach, dann auch in Düsseldorf natürlich. Aber ein Händler, das ist ganz interessant, mit dem ich telefoniert habe, der kam gerade von der Modefabrik und sagte, wir wollen uns ja auch erneuern. Also wir als stationärer Modehändler, das ist ein Filialist gewesen und er überlegt ständig mit seinen Mitarbeitenden, wie er das Durchschnittsalter seiner eigenen Kundinnen etwas senken kann. Das liegt bei ihm bei 55 Jahren und dann kann man sich natürlich fragen, geht das mit einem klassischeren, kommerzielleren Gary Weber? Angelika Schindler-Obenhaus hat ja, wir haben das schon besprochen, die Kollektion und das Unternehmen sehr stark modernisiert, oder? Absolut, ich denke, daran besteht kein Zweifel. Sie hat die Viertagewoche zum Beispiel eingeführt, sehr viel für die Unternehmenskultur getan. Sie war ja auch selbst Markenbotschafterin der Kollektion auf Social Media und hat es damit auch sehr präsent gemacht. Aber hier muss man ja leider fast sagen, es hat nicht funktioniert. Vielleicht war das einer Gary Weber-Kundin doch zu modern oder man hatte zu wenig Zeit, um neue Frauen dafür zu begeistern. Die Marke und der Name Gary Weber ist natürlich nach wie vor sehr bekannt, war aber beschädigt. Das Image galt etwas als verstaubt, das hat sie versucht zu modernisieren. Trotzdem verkauften sich die Kollektionen nicht so gut. Und natürlich, ich habe es eben schon erwähnt, fiel das alles auch noch in eine Zeit, die von heftigen externen Faktoren wie die Pandemie und den Krieg in der Ukraine geprägt war. In Russland war ja Gary Weber auch bis zum Schluss immer noch aktiv. Also eine ja doch der eher wenigen der Ausnahmen in der Branche. Wie ist das aktuell? Mittlerweile ist Gary Weber nicht mehr in Russland aktiv. Die haben 2022 sogar schon das Russland-Geschäft verkauft, wohl auf Drängen der Investoren. So ging es ja einigen Firmen, die dort noch aktiv waren, weil die Investoren das nicht mehr mittragen wollten. Das war natürlich ein sensibler und auch schwieriger Punkt für Gary Weber, weil das Unternehmen in Russland vielleicht anders als andere sehr stark war. Also ein doch beträchtlicher Umsatzanteil wurde dort generiert und der war auch profitabel, dieser Umsatzanteil. Aber man hat sich davon verabschiedet, was natürlich auch in der Konsequenz dann bedeutet, weniger Umsatz und weniger Ergebnis. Also verkauft heißt verabschiedet. Die Marke Gary Weber ist in Russland nicht erhältlich. Richtig, so haben es auch an Burrard und Dirk Reichert nochmal bestätigt, jawohl. Eine der anderen Sachen, die eingeleitet wurden, war ja auch das Outsourcing der Beschaffung. Wie sieht es damit aus? Das ist in der Tat der Fall. Das hat man abgegeben an eine externe Firma und outgesourced. Auch das wurde nochmal thematisiert und dazu stehen die beiden auch. Was sagen denn Arndt Burrard und Dirk Reichert, wie sie die Händler und Händlerinnen von Gary Weber überzeugen wollen? Ihr Plan, den haben sie natürlich ausführlich erläutert, ist an erster Stelle das Preis-Leistungs-Verhältnis wieder stärker herauszuarbeiten. So haben sie es fast wortgleich ausgedrückt. Die Einstiegspreislagen sollen sinken. Sie wollen den Farbflow besser koordinieren, das Schnelldreher-Management verbessern. Und ein wichtiger Punkt natürlich bei Gary Weber, das NOS, das liegt so bei roundabout 25 Prozent, das wollen sie auch deutlich erhöhen. Und damit wollen sie wieder Geld verdienen und hoffen, dass der Handel pörpör zurückkommt. Für ein gutes NOS braucht man, glaube ich, aber auch Geld, weil das muss man ja erstmal zur Verfügung stellen. Ist das vorhanden? Die sind durchfinanziert mittlerweile bis 2027, so sagten sie. Das heißt, durch die Sparmaßnahmen ist man dann natürlich auf einem geringeren Level unterwegs. Und Robus hat, das ist aber alles nicht mehr transparent, seitdem Gary Weber nicht mehr börsennotiert ist, wohl auch nochmal einen kleinen Betrag nachgelegt. Aber da kann ich keine Details zu sagen, weil ich die schlicht nicht weiß. Kommt denn, das was du jetzt gerade so gesagt hast, diese Maßnahmen, glaubst du, dass das im Handel ankommt oder kommt das an? Wie reden die Händler, mit denen du gesprochen hast, darüber? Wie denken die darüber? Also ein Händler aus Kirchheim Unterteck, Herr Bantlin, der ließ sich auch zitieren, der hat zum Beispiel gesagt, er findet, es habe nicht an einem schlechten Produkt gelegen, sondern die Insolvenzen hätten der Marke so stark geschadet. Also er sagt, die Marke sei beschädigt gewesen und schließt deshalb zum Beispiel sein House of Gary Weber und nimmt die Marke an kleinerer Stelle in sein Haupthaus. Das fand ich ganz interessant. Aber andere Händler, die sich jetzt namentlich nicht zitieren lassen möchten, die haben gesagt, dass sie schon sehr stark hadern. Aber dass, einer sagte zum Beispiel, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei, aber dass man zu 80 Prozent zum Auslisten tendiere und zu 20 Prozent zum Drinlassen. Ich glaube, da ist jetzt eine Phase, die sehr wichtig ist für das Unternehmen, die neue Strategie den Händlern auch verständlich zu machen. Und die Strategie fokussiert die sich eigentlich vor allem auf den deutschen und deutschsprachigen Markt? Wir hatten ja auch über Russland gesprochen. Gibt es noch nennenswerten Export? Den gibt es auf jeden Fall. Ich habe da die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Natürlich ist auch Deutschland der wichtigste Markt, aber selbstverständlich sind die auch im Ausland noch aktiv, im europäischen. Aber ich meine auch in Kanada zum Beispiel. Also das ist durchaus für Gary Weber wichtig. Das sind auch Märkte, die immer ganz gut liefen, auch in Osteuropa zum Beispiel. Jetzt haben wir mit Gary Weber ja tatsächlich einen Player in diesem berühmten Segment im Modern Classic Mainstream. Da sind ja auch viele andere starke Player unterwegs. Braucht denn der Handel da noch Gary Weber? Ja, die Frage stellt sich natürlich. Die habe ich auch gestellt. Das Gary Weber Management sagt, die seien zum Teil natürlich auch deshalb stark geworden, weil Gary Weber schwach geworden sei. Man weiß natürlich nicht, was letztendlich der Grund ist und da können wir retrospektiv auch nur spekulieren. Aber klar ist, du hast es angedeutet, andere sind stärker. Und wenn man sich Branchenstatistiken anguckt, das erste Halbjahr ist gerade vorbei, dann fallen Namen wie Betty Barkley, Monari, aber auch Olsen auf, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Und da gibt es natürlich für Händler dann vermutlich keinen Grund, diese Flächen zu verkleinern, um wieder Gary mit aufzunehmen. Das wird eine Frage sein, die vor allem dann Arndt Buchhardt als Vertriebsgeschäftsführer zu beantworten hat. Also wenn du sagst, dass es da durchaus einige gibt, die gut performen, die auch in diese Lücke gestoßen sind, heißt das im Umkehrschluss ja schon, dass das Segment auf jeden Fall lebt. Das heißt, es gibt also doch eine Chance für Gary Weber. Chancen gibt es ja immer, oder? Aber natürlich sind auch schon Namen vom Markt mehr oder weniger verschwunden. Das darf man nicht vergessen. Das weiß auch das Management. Der Greichert weiß das in Bezug auf Laurel vermutlich sehr gut. Insgesamt würde ich sagen, es wird schwer. Das steht wohl außer Frage. Und das wissen die beiden natürlich auch. Und da ist natürlich auch noch die Zeit, die Gary Weber irgendwie davonläuft. Klar, die sind einigermaßen durchfinanziert bis 2027. Aber bis dahin Ergebnisse zu erzielen, die auch signifikant schwarz sind, ist natürlich nicht leicht in so einer Marktphase. Auch anderen geht es ja zum Teil nicht so gut oder viele kämpfen um ihren Marktanteil. Die Orga, die profitiert, finde ich, jetzt natürlich von der Insolvenz. Das ist nach dem krassen Kosten-Cut ja oft so, nach den tiefen Einschnitten. Wie ist da so der Druck der Investoren? Also ist das, als du jetzt da warst, merkt man, spürt man diesen Druck? Erst mal nicht, denn solche Investoren bleiben natürlich im Hintergrund und äußern sich gar nicht. Das kann man nicht sagen. Aber man weiß natürlich, schaut man zum Beispiel auf Hallhuber, jetzt zufälligerweise die einstige Gary Weber Tochter, die ja komplett vom Markt verschwunden ist. Auch dort war Robus als Finanzier zuletzt zumindest noch an Bord und hat dann, als es schlecht lief, relativ schnell die Schotten dicht gemacht. Das war ja ein sehr hartes Vorgehen und das hat einem eindrücklich gezeigt, wie es bei diesen Investoren, die eben dann einsteigen, wenn kein anderer mehr einsteigt, wie die vorgehen. Also jetzt hast du gesagt, dass das mit dem Cost-Cut sicherlich ganz gut für das Unternehmen. Man muss jetzt sehen, wie sich das auf kleinere Flamme operativ weiterentwickelt. Absolut. Wie gesagt, die Order läuft gerade. Es muss sich zeigen, wie der Handel ordert. Und wir wissen ja alle, wie zurückhaltend Händler und Händlerinnen gerade bei der Vororder auch sind. Das weiß auch das Gary Weber Management. Sie wollen peu à peu den Handel davon überzeugen und hoffen, wenn es dann auch im ersten Schritt mit georderten Mengen besser läuft, dass dann natürlich auch im zweiten Schritt nächstes Jahr wieder mehr geordert wird. Aber das muss sich zeigen. Und zuletzt natürlich auch, wie dann die neue Kollektion bei den Kundinnen ankommt. Sarah, vielen Dank für diese interessanten Hintergründe, die Insights und deine Einordnungen. Man spürt echt total, wie tief du da eingetaucht bist. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und ich bin mir sicher, dass du uns in deinen Nachrichten und Artikeln darüber in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Laufenden hältst. Und wenn es an der Zeit ist, erneut an die Bilanz zu ziehen, um zu schauen, ob und wie die Turnaround-Strategie jetzt tatsächlich fruchtet, würde ich mich freuen, dich erneut hier im TV-Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Für heute erstmal vielen Dank. Danke auch dir, Jörg. Ich bin selbst sehr gespannt. Das war meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch, Business-Redakteurin der Textilwirtschaft. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.